Gute und herzlich willkommen zum Let's Play Studio Valley. Wie ihr gesehen habt, ist das letzte Mal grob, äh, glorreich, leider, äh, komplett das Spiel abgestürzt. Deswegen, willkommen, 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 liebungsgele, wieder weiter Neuigkeiten und Unterhaltung. Deswegen sind wir jetzt quasi auch am Anfang von der letzten Folge, oder, ähm, ja, die letzte Folge ging ja auch sehr viel weiter. Der Wahrsager sagt uns, dass das Leben schwer ist und dass wir heute höchstunzufrieden sind. Alles, was wir ja schon, äh, wussten, nicht wahr? So, und, ähm, um das jetzt nochmal ein bisschen hier gleichzuziehen, wollte ich jetzt gerne einmal so, und da wir wissen, dass es morgen regnet, wollte ich gerne, wollte ich sehr, sehr gerne, wirklich sehr gerne, ähm, so die Geote nehmen wir nochmal mit, ähm, nehmen wir das mit. Ähm, wollte ich sehr, sehr gerne mal angeln gehen heute, den halben Tag, dass wir, ähm, gut Kohle machen können mit Fischen, die wir wahrscheinlich eh nicht kriegen werden, äh, eine neue Angel kaufen. Leider kann man ja nicht zwischenspeichern, das ist voll schade bei dem Spiel. Das wäre mega, wenn das gehen würde. Aber das geht halt leider nicht. Und, ähm, deswegen, ja, ähm, müssen wir das halt jetzt, äh, so regeln. Aber das ist gar kein Thema, das kriegen wir jetzt alles hin, das ist jetzt alles gar kein Problem. Weil, äh, wir gehen am nächsten Morgen einfach schön in die Höhle und lassen uns dort gehen. So, die filmen wir nochmal auf, dass der, äh, Clint da auch noch was zu tun hat, ne? Mein, muss ja auch was zu tun haben und, oh, Tick, braucht der auch noch. Tick, ich hab dich ja fast vergessen, mein Lieber. Hallo, mein Großer. Ja, ich dich auch. Du bist so herzlich zu mir. Ha, ich mag dich. Ähm, und eine andere Sache ist, und zwar hätte ich gerne nochmal eine zweite Kiste Holz. Ich brauche 50 Holz. Habe ich denn genug Holz? Ja, aber nicht mal genug Holz. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann mache ich jetzt hier so. Ähm, ich nehme mir zwar nur auf den Weg heute das, das und das mit. Ähm, das nehme ich mal mit, damit ich das naschen kann. Das brauche ich jetzt auch gleich. Das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mal mit. Dann können wir das essen. So, die tue ich jetzt gleich weg. Aber, äh, Clint ist ja noch nicht da. Ist ja, so, der ist noch nicht wach. Deswegen ballern wir das gerade jetzt hier rein. So, äh, ballern das hier wieder rein. Die Geode nehmen wir mit, dass wir die noch benutzen können. Das Schwert brauchen wir eh für morgen. Die Hacke nehmen wir jetzt so mit, dass wir die schon mal parat haben. Den Fisch. Was wollte ich denn mit dem Fisch eigentlich machen? Wollte ich den zu den Viechern bringen? Wollen die Viecher den Fischern? Warte mal ganz kurz. Äh, Heizraum, Aquarium. Das nicht, was ist denn das hier? Das ist eine Prasse. Ja doch, die Prasse brauche ich. Nachtfisch, ne? Nachtfische, genau. Ja, genau. Okay, das können wir gleich machen. Hm. Ansonsten habe ich alles, was die wollen, ne? Habt ihr ja noch Melon. Ja, boah, Sternfrupp wächst im Sommer. Geil. Überbedingt. Überbedingt machen. So, okay. Dann brauchen wir nämlich eine Sommerkiste für die ganzen Sommersachen. Sommersonne, Sonnenschein, Sommersonne. Das nehmen wir alles mit. Warte mal, haben wir die Höhenkarotte eigentlich auch schon gegeben? Warte mal ganz kurz. Achso. Nebenbei bin ich noch gerade am, äh, was am Installieren auf der Xbox, weil Gründe, ja genau, den Kupfer war, ne, warte mal, Handwerk war, ne? Höhenkarotte habe ich schon. Ah, genau. Die Sirup-Dinger. Ja, da war was. Ah, warte mal, apropos Sirup, da fehlt mir ein. Da waren zwei Stück 40 Holz. Alles klar. Das ist ein Bescheid. Ähm, ja gut. Haben wir das. So, nehmen wir den Kofferbarren hier mit. Genug Cola haben wir auch noch. Und wir kaufen uns dann noch eine Angel zusätzlich. Das wollen wir nämlich auch noch machen. Und das machen wir dann auch. Und vielleicht sehen wir jetzt hier auf dem Weg Würmchen, aber leider sehen wir keine Würmchen. Nein, dann hat sich das schon erledigt. Dann ist gut. Ähm. Ich würde trotzdem nochmal hier unten dann gehen. Und ich muss natürlich jetzt nochmal mit allen reden, mit denen ich damals geredet habe. Und ja. Wenn wir vorbeigezogen sind. Ah, shit, ey. Ist ja herrlich. Okay. Äh, außer gesucht. Ich weiß nicht mal, wo der Kale wohnt. Samenhöher Güte. Nur bei Peers. Hab ich noch gar nicht verachtet. Krass. Achso. Höher. Ich bin auch so höher. Samenhoher Güte. Jo. Einmal bitte, äh, Ausrufezeichen OLP eingeben. Ähm. Oh. Oh, eine Saat. Ein Ahornsahn. So. Ah, mit dem hässlichen Typ. Äh. Oh. Hm. Entschuldigung. Mit dem unfreundlichen Typ muss ich auch reden. Hey, Alex. Hey, was geht ab bei dem Typ? Oh, fast vergessen. Es ist mein Tag für Liegestütze. Jedes Mal versuche ich ja mehr zu machen, als letztes Mal mehr zu machen. Ziemlich cool, wa? Ja, Hammerstrategie. Hab ich dir schon immer gesagt. Du bist der Brecher, ey. Wirklich. So, Penny. Hallo. Ach, das Aquamarine. Ich hab grad so ein kleines Déjà-vu. Wollte ich ja eben noch vorbeibringen. Deswegen. Wenn du auf den Zug rät bist, kannst du ja ein paar interessante Dinge finden. Ähm. Woher weißt du das? Ich hab einmal wirklich alte Tonware gefunden. Ich hab den Gunther gemacht und er hat gemeint, er wäre über tausend Jahr alt. Ähm. Cool. Oh, hier ist noch, glaub ich, ne Geode drin, ne? Hä? Jetzt ist hier keine Geode drin. Oh, gucken wir mal, ob bei Gunther hier unten eine drin ist. Zwei. Yes, zwei. Geil. Also, das Spiel ist schon vorprogrammiert, was das angeht. Dann machen wir es so. Dann mach, äh, erstmal Geode aufbrechen. So, großer. Yes. Uh. Hat das Gunther schon? Hat das, hat das Gunther schon? Und, so, dann Werkzeug verbessern und zwar den Kupfergießkanne. Das ist geil. Okay, äh, hat das Gunther schon? Ah, Gunther, kann ich dir etwas darüber erzählen? Gut. Ähm, hallo Vincent. Oh nein, Mama macht heute Nacht Linsensuppe. Äh, ich hab damals schon gesagt, warum, warum arbeiten die nachts? Bei mir ist es ja Wurst, aber ich muss sie umschwenden. So. Ist ein neues bekommen. Toll. Toll Gunther. Oh. Hallo Vincent. Nein. So. Ich weiß nicht, wo der, oh, guck mal, da ist doch die kleine, wie heißt sie? Jess. Hm, ich kenne dich nicht. Okay. Louis. Oh, Hase. Oh, Hase redet nicht mit mir. Hi, Louis. Hier war alles auf dem Berthof. Läuft gut. Es wäre eine Schande, wenn dort alles vertrocknet. Es läuft alles prächtig. Eigentlich. Eigentlich ein ziemlich kleiner Friedhof hier, ne? Was ist das hier? Unser geliebter Mona. Oh. Geliebter Mona, wer war hier? Okay. Keine Ahnung, was da steht. Es ist alt und verblassen. Ja, der Stein oder derjenige, der da drin ist? Super. Was soll da hier drin sein? Es ist verschlossen. Hm. Ob das zum Dings führt? Oh, hi, Harley. Harley, ignoriert. Ähm. Hey, Jody. Das Essen von Juniormarkt ist vielleicht nicht das Gesündeste für meine Familie, aber bei solchen Trägen beißen wäre es verrückt, woanders einzukaufen. Ach, und da kommen wir auch schon zu einem Problem, was die Welt echt, ähm, ein Stückchen besser machen könnte. Discounter und, äh, Märkte, wo man eigentlich kaufen sollte. Ich habe mir zum Beispiel, ich persönlich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich, ähm, kein, ähm, Fleisch mehr kaufe, was vom Metzger ist. Also, wenn es wirklich um, äh, hier, Fleisch geht, was man so essen kann, so, ähm, na, also vom, keine Ahnung, ähm, Brind oder sowas, äh, werde ich mir nicht mehr holen vom Discounter, äh, sondern ich werde es nur noch, ich werde es wirklich nur noch vom, äh, Metzger holen. Weil ich, ähm, das A, ein Unding finde, wie billig dieses Fleisch beim Discounter da ist zum anderen. Also, das kann ja nicht gesund sein und das ist auch nicht wirklich gut. Das ist mir so halt ein Grau. Und, äh, des Weiteren finde ich es einfach für den Bauern, der sein Vieh halt abdrückt auch oder der extra Schlachtvieh hat, ähm, besser, wenn er das bekommt, das Geld und so. Oder zumindest zum Teil, auch wenn ich mehr dafür bezahle. Ist ja ein schöner Tag. Oh, schön. An Tagen wie diesen helfe ich, Evelyn, gerne mit den öffentlichen Gärten. Oh, ist aber nett. Sie ist rüstig für ihr Alter, aber ich bin mir sicher, sie weiß jeden Hilfe zu schätzen. Ja, sicherlich. So, mit dem kann ich ja nicht mehr reden. Jo, jetzt gehen wir nochmal zurück, weil dann machen wir hier mal ein bisschen Klarschiff. Und, ähm, da habe ich mir einfach gesagt, nee, möchte ich nicht mehr. Ja, und, ähm, hier siehst du es, das ist halt auch ganz, ganz lustig im Spiel. Ich selber bin Bauer. Ich weiß nicht, was damit passiert. Ob das der Louis dann an die Leute verteilt oder, keine Ahnung, ist mir ja eigentlich auch relativ, äh, schnurps, weil ich kann es eh nicht nachvollziehen. Und, also, schnurps ist es nicht in dem Sinne. Ähm, aber es ist halt schon mal was ganz anderes. Oh, warte mal, ist ja noch das Aquamarine. Das kann ich noch mitnehmen. Und das Aquamarine. Ja, halt. Ja, Aquamarine. Gunter, Gunter, Gunter. Können wir noch zum Gunter bringen. So, und, ähm, deswegen habe ich mir, habe ich mir persönlich gesagt, okay, ähm, koste es, was es wolle. Ich habe, ich habe auch mal wirklich, sag ich dir mal, 13 Euro für ein Fleisch ausgegeben, für ein Steak, ja. Hey, das war es mir aber wert. Es war ein schönes, gutes Steak, das habe ich mir dann schön angebracht. Ich habe es genossen. Es war nicht Sehne, es war nicht voller Sehne, es war nicht voller Knorpel, sondern es war... Gott, ich verbringe den ganzen Tag vor diesem verdammten Fernsehen. Ich wünschte, er würde mir eher nach draußen gehen. Ein wenig frische Luft würde ihm gut tun. Ja, der hat so eine gesunde Kellerbräune, ne, wahrscheinlich. Schon wieder ein Déjà-vu. Und, ähm, ja, das war richtig gut, ja. Ja, ähm, das mache ich halt super gerne einfach. Und dann achte ich da einfach auch ein bisschen auf die Qualität, ja. Weil, ich meine, ich lebe nur einmal. Und das Vieh lebt auch nur einmal. Und von daher, warum nicht? Ja, also, ich dachte, hilfst du ja, was bist denn du für eine Lügnerin? So, das einmal. Yes. Oh, nix bekommen, ey, schade. Gut, am nächsten Tag gehen wir ja in die Höhle, vielleicht kriegen wir da wieder was. Und, ähm, da will ich halt einfach gerne, einfach, einfach wirklich gerne mir was Gutes tun. Und, äh, ja, von mir aus auch der Industrie da. Also, der, dem Metzger, dem örtlichen. Das ist okay für mich. Man kann mich für verrückt erklären und sowas. Ja, ich achte da schon wirklich drauf. Ja, ich, ähm, meine, in allen Dingen klappt es nicht, aber, ähm, Entschuldigung, aber in den größten Bambusstangen, Fiberglas, so, die kaufe ich jetzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass die verhexteste Krabben so krass teuer. Aber wenn ich es mir hole, das wäre schon gut, einen, glaube ich, ne. Man kann die aber auch selber machen irgendwann. So, und das ist mal, oh. So, jetzt ist das, äh, jetzt ist der Trick hier. So, genau. Jetzt haben wir nämlich hier einen Köder. Jetzt werfen wir den mal aus. Und jetzt, wenn wir angeln, kriegen wir nämlich wahrscheinlich ein bisschen bessere Fische, besonders jetzt noch. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Okay, ist noch dran. Oh Gott. Cool. Ich sehe gar nicht, dass das geht. Ja, zum, und zum anderen kommen die auch viel schneller, die Fische. Und, ähm, das ist mir halt wichtig, ja, und deswegen, also, ich achte, das ging aber easy. Oh, ein Hering. Halber Hering. Immer die wieder falsche Tasse. So. Und Müll. Toll. Dafür schwindet man dann einen Köder oder was, weil man Müll angelt. Der Müll hat den gefressen oder wie. Naja. Und das siehst du halt hier so, ja. Hast du diesen Joja-Markt, der versucht Mitglieder zu ziehen und 50% auf alles und bla. Nein, 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 sorry, ich muss mich gerade konzentrieren. Boah, ja, 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 nein. Yes, perfekt, geil. Wieder ein Hering. Oh, du halber Hering. Und, ähm, versucht er... Ist dann alles jetzt drin oder verschwindet dann alles? Ich hoffe nicht. Bin mal gespannt. Am Ende habe ich 30 Fische dran. Ah, geil. Es speichert sich da drin. Wie geil ist das denn? Wieso angeht denn jetzt mehr mit diesem Dom-Seetank? Mit den Ködern? Seetank? Ja, okay. Ja. Und das siehst du halt hier und das finde ich halt, äh, erschreckend. Und wenn dann so eine Aussage auch von einem NPC, ja, kommt. Bisbezüglich. Yeah, schon wieder perfekt. War wieder ein Hering. Alter. Wohl wir halt gar nicht so viel Glück haben heute. Warum kriegst du das denn? Vielleicht können wir nochmal zum Fluss gehen oder so was. Naja. Aber, mal sehen, wie ist das? Nein. Oh, es hätte perfekt sein können. Es hätte, es hätte, es hätte, es hätte. Yes. Ist das? Ist das? Verdiene. Wir müssen ja doch nicht erzählen, dass eine Dienenkraftige ist als so ein Hering. Yo, Willy! Züge jetzt meine... Ah. Shit. Meine... Angelkünste... Oh, ne. Die ignoriert mich halt knallhart. Meine Angelkünste an, wollte ich sagen, aber anscheinend nicht. Fieberglasangel. Scheint auch ein bisschen besser zu sein. Wasser benutzen, um zu fischen. Ach, wirklich. Oh, nein! Oh, Mist. Ach, ja. Und das beim Fischen ist das halt genau dasselbe. Ach, das kannst du mit allen möglichen heutzutage machen. Weißt du, alles. Getreide und sowas. Ich meine, wie viele Leute steigen denn auch auf wirklich selbstgebackenes Brot um, ja? Ich meine, ist auch geil, ja? Ich bin aber auch eher der Typ, der sagen würde, ja, ich tue mir lieber, ähm, Brot vom Huch. Brot vom... Oh, Alter, ist ja lang. Brot vom, äh, Bäcker. Aber ich tue es halt nicht, ja? Weil ich da auch einfach zu bequem bin. Ich esse jeden Morgen mein Müsli vom Aldi. Ja, ich könnte mal auch Müsli selber machen. Ja? Und, äh, lauter so Geschichten. Oder Quinoa. Quinoa, ja, super geiles, gesundes Produkt. Kriegst du halt nur in, in Bio, ja? Kriegst du wirklich nur in Bio. Ist ja auch gut so. Ist ja auch okay. Find ich ja auch in Ordnung. Ach, kostet... Nein, Geld. Ey, Leute, das kostet... Nicht mal 500 Gramm, ja? Also 400, 450, glaube ich. Das kostet 5 Euro. Nein! Aber das ist tückisch, wenn man sich kratzen muss gerade. Also es ist schon... Es ist schon echt eine Ware gebracht, muss man echt sagen. Brauche ich einen Hering? Ich weiß nicht, ob ich einen Hering brauche. Nein, warte mal. Oh, ich brauche auch meine Energie. Yes. Und, ähm... Ja, so... Ah! Nein! Alter, nein! Also sicherlich wieder so eine Sardina, ne? So eine große. Ja. So richtig große. 8 cm. Wiss ich verarschen, was? Was? So. Weg damit. Erstmal ordentlich abnaschen. So, wieder. So, und wieder 2 Schritte gehen und wieder naschen. Und, ja. Die Tanken kommen weg, ey. Sita muss weg. Sita muss. Und die Joja-Cola saufen gleich hinterher. So. Jetzt diesmal nichts hier drücken auf der Wangen. Aber in der Crash ist jetzt wieder... Ey, wenn das jetzt wieder Crash kriege ich zu viel. Aber ne, ist alles gut gegangen. Gut. Rücker. So. Hier oben ist nichts, ja. Ähm. Naja. Und deswegen unterstütze ich halt auch gerne Bauern. Und ja, wenn ich mir Milch kaufen würde, würde ich es mir auch von einem Bauern holen, weil der einfach mehr verdient. Ja, dann nimmt der halt von mir aus 5 Euro für einen halben Liter oder von mir aus für einen Liter. Ja, das ist okay. Hey, Leute. Ganz ehrlich. Kaufen so viel Scheißdreck ein. Kannst du gar nicht angeln. Ist ja interessant. Kannst du hier nicht angeln. Kannst du auch nicht angeln. Aber hier kannst du angeln. Das ist interessant. Das hier geht, aber da nicht. Wahrscheinlich ist er da, deswegen auch das letzte Mal voll gecrashed. Aber gut. Ist jetzt so. Ja, aber dann kauft er das. Ja, also ganz ehrlich. Dann stützt die Bauern für die Landwirtschaft. Ich meine, wenn ihr jetzt nicht in so einem Gebiet wohnt, wo wirklich viele Bauern sind. Hey, okay. Yes, yes. Oh, und den Schatz sogar dazu. Geil, 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 geil. Das war es wert. Dann können sie die aufmachen. Eine gefrorene Geode. Interessant, dass wir das hier kriegen, ey. Im Wasser. Besonders, dass der Fisch, das wir jetzt nicht getragen hat. Ja. Ich will den Seetang da immer wieder ein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020